Mein Name ist Milch Czemlek und diese Woche absolviere ich das geilste Faktum der Höhe. Der Mele hat gezaubert, 440 PS. Ist okay, he? Nee, reicht für so eine kleine A-Klasse. Das war jetzt erstmal ein Jet-Ski. Shit! Es hat einfach nur mega Spaß gemacht. Also ich war noch nie Jet-Ski fahren, aber ich kann es hier nur empfehlen. Du wirst heute Bremsbeläge wechseln. So, wir gehen jetzt gerade in den Louvre. Hallo? Hallo? Boah, das Teil geht ab, wirklich! Wir werden bei gefühlt 50 Grad Gurkast fahren, das wird schon warm. 5. Dann gehen wir auf. 5. 5. 5. 6. 5! 6. 5. Ein kleines Zeugnis für dich, dass du bei uns ein Praktikum gemacht hast. Das war das geilste Praktikum der Welt. Das war das geilste Praktikum.